Step-Kick-Mannschaft Liebe Step-Kick-Mannschaft, willkommen zu unserem neuen Abenteuer. Ich bin Lukas Klünter, ich spiele seit 2018 beim Verein Hertha BSC und freue mich, euch bei diesem Projekt zu unterstützen und zu motivieren. Step-Kick ist unsere gemeinsame Challenge, bei der wir mit unserem Fitnessarmband so viele Schritte wie möglich sammeln, um gegen die anderen Mannschaften und Klassen zu gewinnen. Wieso das Ganze? Weil viel Bewegung und gesunde Ernährung extrem wichtig sind. Nicht nur für uns als Leistungssportler, sondern auch für euch. 1700 Kinder und 11 Profi-Clubs machen bei Step-Kick mit und wollen den Siegerpokal holen. Daher heißt es für unser Team volle Power voraus. Zusammen schaffen wir es auf Platz 1. Jeder ist wichtig, also macht mit. Das Armband zeigt euch an, wie viele Schritte ihr schon zurückgelegt habt. Und dann liegt es an euch. Je mehr Schritte ihr macht, desto besser sind die Chancen, dass wir den Sieg holen. Auf www.step-kick.de findet ihr alle teilnehmenden Klassen und Videos zur Ernährung und auch Bewegung. Natürlich sind auch welche von mir dabei. In verschiedenen Bewegungs-Challenges tretet ihr gegen andere Klassen unseres Clubs an. Mal sehen, wer hier die meisten Schritte sammeln kann. Und euer Step-Kick-Touch hat bestimmt auch schon den ein oder anderen Trip parat. Wenn die Challenge vorbei ist, dürft ihr euer Step-Kick-Armband auch behalten. Also passt gut drauf auf und verliert es nicht. Also strengt euch an und zeigt mir, was ihr drauf habt. Zusammen holen wir uns den Pokal. Es ist also mehr Zeit für Bewegung. Nehmt ihr die Challenge an?